Ja, grüßt euch, Buam. Heute geht es um ein sehr bösartiges Thema und zwar um den sogenannten Vaterschaftsbetrug. Und zwar wurde mir hier dieser Artikel vom Stern zugeschickt, in dem es darum geht, dass ein Vater Zweifel hat, dass seine jüngste Tochter auch sein leibliches Kind ist und was da letztendlich ihm die Dame hier am besten empfiehlt, was er machen sollte. Und ich habe da noch einen genialen Rat dazu, der mir vor kurzem erst gekommen ist in solchen Sachen. Vielleicht, wenn ihr euch in der Situation befindet, könnt ihr das dann auch mal anwenden und anstoßen. Kommen wir gleich mal rein, würde ich sagen. Also, er schreibt, in den letzten Jahren lief es zwischen Matthias und seiner Frau nicht mehr so harmonisch wie früher. Dann entdeckte er Tinder auf ihrem Handy. Wie kann er die Zweifel über die Vaterschaft seiner jüngsten Tochter klären? Ja, wie schon so oft gesagt, der Hauptkernpfeiler, um ungefähr die Gesundheit der Beziehung rauszufinden, ist, wie häufig denn noch die Sexualität gelebt wird. Und da schreibt er eben dieser Dame, der Dr. Peirano, Und da wäre ich immer sehr vorsichtig, denn ein altes Sprichwort aus dem Zen-Buddhismus sagt, dass der Vater, der von sich glaubt, dass er eben nicht so der tolle Vater ist, der eigentlich gute Vater ist, weil er natürlich immer wieder selbst reflektiert. Was habe ich da falsch gemacht? Wo kann man sich noch verbessern? Anstatt, dass man sich hinstellt und sagt, ja, wir sind gute Eltern. Aber unabhängig davon, trotzdem, hat es ihn schockiert, dass er das Handy von der Frau genommen hat und dann gesehen hat, dass sie da Tinder am Start hatte. Das soll jetzt aber nicht das Thema sein. Ich habe sie zur Rede gestellt und sie hat alles erst abgestritten und klein geredet. Aber als er nachgebohrt hat, hat sie dann zugegeben, dass sie wohl aus Frust auf der Suche ist. Und dass er dann da nicht hinterher mal fragt, ja, ich möchte noch mehr wissen, lebt einfach weiter so in den Tag rein, schauen wir mal weiter. Was mich nun wirklich beschäftigt, ist die Unehrlichkeit meiner Frau. Wenn sie jetzt in der Lage ist, hinter meinem Rücken andere Männer zu treffen, und was weiß ich noch alles, dann wird sie das womöglich schon früher gemacht haben. Manchmal sind bestimmte Verhaltensweisen eben, wie sagt man so schön, multidirektional. Was die Menschen eben anderen gegenüber zeigen, wenn dessen sie noch nett zu dir sind, werden sie früher oder später, wenn sie dich dann nicht mehr so idealisiert haben, auch gegen dich dann anwenden. Deswegen muss man jetzt immer mal nachhorchen, ob wenn man mit einer Frau, also heiraten auf gar keinen Fall, aber wenn man da mal sagt, okay, jetzt, dass man dann da mal ein bisschen vorher schon nachschaut, anstatt dass man dann später diesen ganzen Salat hat. Prävention ist natürlich immer besser, als dann nachhinein hier blöd dran zu stehen. Und da kommen wir zu meiner jüngsten Tochter. Im Gegensatz zu den anderen Kindern sieht sie mir überhaupt nicht ähnlich. Ich wurde schon öfters darauf angesprochen. Ist mir vom Charakter her am fremdsten. Und sie wurde in einer Zeit gezeugt, in der ich für ein Jahr in einer anderen Stadt gearbeitet habe, und nur jedes zweite Wochenende nach Hause gekommen bin. Meine Frau und ich hatten damals wenig Sex. Aha! Das kommt mir alles zusammen sehr verdächtig vor. Und ich frage mich, ob Antonia wirklich meine leibliche Tochter ist. Und? Das ist halt das Problem am deutschen Rechtssystem. Du bist halt als Vater hier in Deutschland der Gepeitschte, weil du kannst ja nicht, wie mir jetzt dann gleich im Text entnehmen, einfach mal so einen Test machen. In meinem Kopf verdichtet sich der Gedanke nach einem Vaterschaftstest, um Klarheit zu schaffen. Das Ergebnis würde sicher im schlechtesten Fall einiges aufwirbeln und möglicherweise zur Trennung von meiner Frau führen. Aber vielleicht ist es für mich auch gerade der richtige Zeitpunkt, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Denn ich möchte nicht mit einer Frau weiterleben, für die Ehrlichkeit und Treue Fremdwörter sind. Und wie gesagt, wenn es schon mal so weit gekommen ist, dass es so eine Dynamik gibt, muss man als Mann wirklich bereit sein, hier die Reißleine zu ziehen. Man muss halt dann schauen, wie man das am besten mit den Kindern macht, weil die brauchen vor allem in dem jungen Alter, 10, 8, 5, die Vateraufsicht und auch die väterliche Betreuung, weil sonst hat man eben Single-Mutter-Problematiken und da wissen wir, was dann dabei rauskommt. Deswegen, auch wenn dann die Mutter sagt, so, jetzt hast du mit mir Schluss gemacht, jetzt streiten wir um das Sorgerecht, muss man ja dieser Mutter irgendwie dann klar machen, hey, pass auf, egal wie sie zwischen uns ausschaut, es hat einfach dann Folgeschäden für die Kinder, wenn da dann eine Single-Mutter auf die einwirkt. Nur wie gehe ich das mit dem Vaterschaftstest an und welche Konsequenzen ziehe ich aus möglichen Ergebnissen? Ich wäre sehr dankbar über Erfahrungsberichte und eine erhellende Einschätzung aus ihrer Sicht. Ich habe damals so eine Seite gelesen, dass wir fast einen Deckel rauskauen, weil ich habe mir gedacht, hm, du hast ja eigentlich diese Dynamik, wie es ja in der Evolutionspsychologie auch immer heißt, Mamas Baby, Papas Maybe, also die gute alte Vaterschaftsunsicherheit und da musst du ja mehr oder weniger dann trotzdem die Frau fragen. Und da stand dann mal in so einem Text drin, ja, das ist völlig legitim, dass man dann da die Einwilligung der Frau braucht, weil es ist ja auch ihr Kind. Und da habe ich mir gedacht, hä, das wird ja gar nicht beleuchtet, dass der Vater ja diese Vaterschaftsunsicherheit hat, weil die natürlich auch wieder von dem Standpunkt der Religion der Gleichheit herkommen. Und es ist dann natürlich dann für die Frau auf kollektiver Ebene viel leichter machen, dem dann auch ein Kind unterzuschieben, was natürlich eine brutale Straftat eigentlich sein sollte, weil sein Gen wird ja dann letztendlich ausgetauscht für ein anderes Gen von einem anderen Kerl und zudem muss er dann 18 Jahre da sein, Geld zahlen und, und, und. Und das muss man sich mal vorstellen, was das für eine absolut heftige Hinterlässigkeit dann auch ist. Aber jetzt kommen wir mal zu dem, was sie ihm dann am besten hier in diesem Fall empfiehlt. Kein Wunder, dass sie sehr verärgert und verunsichert sind. Es ist wirklich kein partnerschaftliches und schon gar kein respektvolles Verhalten von ihrer Frau gewesen, sich hinter ihrem Rücken bei Tint anzumelden und sich hinterher darüber auch noch zu belügen oder mit der Salami-Taktik abzuspeisen. Geklärt ist so gar nichts und das Vertrauen ist erst einmal stark angeknackst. Ich kann das unter den gegebenen Umständen verstehen, dass sie den Wunsch haben zu erfahren, ob ihre Frau ihnen auch in Bezug auf Antonias Abstimmung, also die Tochter, nicht die Wahrheit erzählt hat. Sie haben sich sicher schon über einen Vaterschaftstest informiert und herausgefunden, dass in Deutschland ein Vaterschaftstest ohne die Zustimmung ihrer Frau rechtswidrig ist und ein heimlicher Vaterschaftstest eine Strafe von bis zu 5000 Euro nach sich ziehen kann. Viele Männer, die an ihrer Vaterschaft zweifeln, lassen heimlich einen Vaterschaftstest im Ausland machen. Und das ist halt, ja schon, dieser Ginozentrismus oder wie man halt sagt, dieser feminine Imperativ, dass eben unbewusst auf der Kollektivebene dann zum Teil auch politische Entscheidungen getroffen werden, die halt hier für die Frau massive Vorteile ziehen, weil, wie vorhin schon gesagt, Mama ist Baby, Papa ist Maybe und da hängt natürlich ein massiver Rattenschwanz mit dran, mit dem, wie viel Geld er dann über die Jahre dann da reinblecht oder dass er dann da 18 Jahre investiert und denkt so, oh, das ist seine Tochter und dann im Nachhinein oder vielleicht auch nie kommt es dann raus und das ist halt eine Bösartigkeit nach meiner Auffassung, wie es in keinem Buch steht. Und zudem gibt es da ja aktuell gar keine Gesetzestexte, um das wirklich aktiv dann strafrechtlich verfolgen zu lassen. Aber was hätte es für sie und ihre Familie verfolgen, wenn es sich herausstellt, dass nicht sie Antonias Vater sind? Ich höre heraus, dass ihre Ehe zur Zeit an einem seidenen Faden hängt. Werden sie sich sicher, dass sie sich von ihrer Frau trennen, wenn dieses Kind ihnen untergeschoben wurde? Allein schon, wenn dieser Zweifel im Raum steht und im Beziehungskontext von der Tinder-Geschichte hier, da wäre ich schon kurz vor dem Absprung. Und anders gefragt, was müsste jetzt passieren, damit sie sich guten Herzens entschließen können, ihre Ehe weiterzuführen? An seiner Stelle würde ich hundertprozentig die Vaterschaft absichern lassen und nicht einfach Augen zu, la la la, alles gut. Oder dass man dann sagt, ja, das macht man dann für die Kinder, weil so einem Verdacht muss man natürlich nachgehen. Dann müssten sie vielleicht beide in Ruhe und offen darüber sprechen, ich höre schon die offene Kommunikation raus, wie es ihnen miteinander geht, was ihnen fehlt und wie sie ihre Verbindung wieder verbessern könnten. Und wie schon so oft gesagt, ja, an der Stelle ist es natürlich tausendmal besser, wieder zu schauen, dass man wieder diese Betaisierung rückgängig macht und Sexualität viel öfters initiiert. Anstatt dass man dann sich hinsetzt und so fühle ich mich und so fühle ich mich. Anstatt dass dann nach dem Sex natürlich der Hormoncocktail im Gehirn ist und so eine offene Kommunikation dann auch hinfällig wäre, zum Großteil. Das könnte ein langwieriger Weg werden, auch mit Paartherapie wären sie dazu bereit. Ja, also meine Meinung zu Paartherapien ist etwas negativ, weil da ja eben dann sehr oft mit offener Kommunikation und Karten auf dem Tisch auch dann verhandelt wird. Ja, du jetzt machst das, das, das und dann kriegst du dann wieder vermehrt Sex. Aber, mei, das ist halt dann eher so ein Transaktionsverhältnis, anstatt dass die Frau wirklich intrinsisch, sexuell angefeuert ist, wie es von einem Typen, der mehr in Richtung Alpha geht. Stichwort Christian Grey. Was bedeutet ihre Frau und ihre Beziehung ihnen noch und welche Gründe stehen einer Trennung im Wege? Haben sie eigentlich schon längst resigniert? Bevor man diese Fragen hier beantwortet, erstmal schauen, ob er da hier so drastisch betrogen wurde. Danach kann man sich solche leichteren Fragen stellen. Es steckt vielleicht bei ihrem Wunsch nach einem Vaterschaftstest auch die vielleicht unbewusste Hoffnung dahinter, dass ihnen die Entscheidung für oder gegen ihre Ehe durch ein negatives Vaterschaftsergebnis abgenommen würde. Waren sie vielleicht auch insgeheim erleichtert, wenn sie sich nicht um ihre Frau und die Fortsetzung der Ehe bemühen müssten, sondern wenn es klar wäre, dass ihre Frau tatsächlich Sex mit mindestens einem anderen Mann hatte und sich entschlossen hat, sie darüber zu belügen, dann hätten sie einen triftigen Grund zu gehen. Ja, also schwer zu sagen jetzt das Außenstehende, weil du hast natürlich zwölf Jahre auf dem Buckel, hast gemeinsame Kinder und für mich ist es jetzt natürlich einfach zu sagen, ja einfach Reißleine ziehen und raus, weil ich ja in dem Fall jetzt keine Kinder habe und die damit einhergehenden emotionalen Investitionen, aber trotzdem, wenn man schon so ein Geschmäckle hat, wenn man Finger im Mund steckt und nach oben hebt und dann noch das mit dem Tinder sieht, dann wäre ich schon sehr auf Habachtstellung und würde das erstmal klären lassen, bevor man da irgendwie so, ja aus meiner Sicht neben Kriegsschauplätze sich anschaut, ja ob das noch passt und so weiter. Aus meiner Sicht wäre es wichtig, dass sie sich unabhängig von einem Vaterschaftstest einmal darüber im Klaren werden, ob sie ihrer Ehe noch eine Chance geben wollen. Nee, das ist halt das, weil sie viel mehr halt da auf so diese Verbundenheit auch aus der weiblichen Perspektive kommt, aber ich würde zuerst als allererstes schauen, ob das auch meine Tochter ist, weil sonst ist es halt einfach ein Stich mit dem Messer in den Rücken. Absolut heftigster Betrug, wenn ihr mich fragt. Oder ob sie sich dazu entschließen können, die Familie zu schützen und neue realistische Spielregeln und sexuelle Freiräume mit ihrer Frau auszuhandeln. Ja, die offene Beziehung, ihr wisst ja, was ich davon halte. Oder die offene Ehe dann halt. Sie wünschen sich Ehrlichkeit und Transparenz und vielleicht wäre es auch ein Weg, dass sie und ihre Frau sich eingestehen, dass sie seelisch und sexuell nicht mehr verbunden sind, aber im Interesse der Kinder noch einige Zeit als Eltern zusammenleben wollen. mit Freiraum für andere Sexualpartner und Sexualpartnerinnen. Auch das ist erst einmal nur ein Gedankenexperiment, das ihnen helfen kann, ihre Position zu bestimmen. Und in dem Fall würde ich definitiv keine offene Ehe machen oder solche Spielchen, sondern einfach gucken, dass man die Kinder dann weiter gemeinsam erzieht, aber dann nicht den Haustackel macht, der dann da zu Kreuze kriegt, weil sie fängt ja an mit Tinder und lässt dann da das Nebenher laufen und er würde dann dadurch ja diesen Frame, den sie da vorgelebt hat, akzeptieren. Ja, Schatz, ich habe es eingesehen, du warst jetzt zuerst auf Tinder, lass uns nach deinen Spielregeln spielen. Und was tut er dann vor allem den Kindern vorleben? Ja, dass es okay ist, dass die Frau einen so hintergeht, das Kind von anderen einem unterschiebt und dass der Mann dann auch noch zu Kreuze kriegt, indem er die Beziehung dann öffnet oder die Ehe, weil sie ist ja diejenige, die den Frame kontrolliert. Sie ist ja die starke Frau. Die nächste wichtige Frage ist, wie sich ihre Tochter Antonia fühlen würde, wenn sie sich herausstellt, dass sie nicht ihr leiblicher Vater sind, aber dafür der Vater von den anderen zwei Kindern. Würden sie sich weiterhin um Antonia kümmern, mit ihr Zeit verbringen, finanziell für sie aufkommen oder würden sie da einen Schlussstrich ziehen? Was würde es für Antonia bedeuten? Also diese Tochter, wo die Vaterschaftsnetz sicher ist, wenn sie und ihre Frau weiterhin als Familie zusammenleben würden. Würden sie sich vorwiegend um ihre leiblichen Kinder kümmern oder würden sie es wollen und schaffen, Antonia genauso viel Liebe und Aufmerksamkeit zu geben? Das Problem ist, es gibt ja da bestimmte unbewusste Aspekte, die du ja überhaupt gar nicht regulieren kannst, so gern man das auch würde. Denn um die eigenen biologischen Kinder kümmert man sich natürlich automatisch mit mehr Liebe, auch wenn einem das nicht bewusst ist. Und wenn die Tochter, diese Antonia, das dann unbewusst natürlich auch mitbekommt, dass die anderen zwei Kinder immer ein bisschen mehr väterliche Liebe kriegen, dann hat es natürlich massive Einwirkung auf die Psyche von diesem Kind, von der Antonia. Zudem kommt ja auch noch, dass er ja einen Hass dann letztendlich auch haben könnte und sich immer wieder, wenn er die dann auch sieht, denkt, ja, ich ziehe ja gerade ein Kind auf, was mir untergeschoben wurde. Und natürlich kann er das Kind dafür nichts, aber man weiß halt nie, ob er dann diesen Frust nicht, auch wenn er versucht ist zu vermeiden, irgendwie dann auf das Kind übertragt, was natürlich dann zudem nochmal ein massiv negativer Punkt wäre, der dann auch die Entwicklung des Kindes dann letztendlich stört. Im schlimmsten Fall würde Antonia sich so fühlen, als wenn sie von einem Tag auf den anderen ohne Vater dasteht oder mit einem, der sich nur halbherzig um sie kümmert und ihrem Vergleich zu ihren Geschwistern das Gefühl gibt, weniger wert zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass es schwere seelische Schäden bei ihr hinterlassen würde, vor allem, wenn im Rahmen einer Scheidung ihrer Eltern angeführt wird, dass sie nicht ihre leibliche Tochter ist. Sie würde sich womöglich schuldig an der Scheidung fühlen, obwohl sie ja überhaupt nichts dafür kann. Und wahrscheinlich würde das Klima zwischen ihrer Frau und ihnen sehr eisig werden, wenn es ans Licht käme, dass ihre Frau sie bezüglich Antonias Vaterschaft fünf Jahre belogen hat. Und darunter leidet Antonia am meisten. Und auch die anderen Kinder werden sich zerrissen fühlen und nicht wissen, wem sie glauben können. Ja, das ist halt ein guter Punkt, weil es gibt ja die sogenannte Adverse Childhood Experience. Es sind zehn Punkte und je mehr man auf diesen Punkten ist, desto höher war eben die Kindheit nicht die beste und desto mehr damit einhergehend steigt auch das Risiko für Depression, Drogenabhängigkeit und Co. Aber trotzdem muss man da halt erstmal eine Gewissheit schaffen und dann da erstmal evaluieren, wie man da mit der Situation umgeht. Und an seiner Stelle wäre ich da ungerne, aber trotzdem würde ich halt schauen, dass ich dann primär auf meine Kinder aufpasse und sie halt an den anderen für die Erziehung des Kindes dann auch herzieht. Weil wenn er das nett macht, lässt er sie ja dadurch mehr oder weniger einfach gewähren und da mit diesem bösartigen Hintergehen durchkommen. Eine weitere wichtige Frage ist, wie genau würden sie die Ergebnisse eines heimlichen Vaterschaftstests bekannt geben? Ihre Frau könnte sie anzeigen und dann stünden sie auch in den Augen der Kinder erst einmal als der Schuldige da. Und hierfür habe ich eine weitaus bessere und einfachere Lösung. Denn in der modernen Zeit gibt es natürlich günstige Tests, wo man schauen kann, wo denn seine Vorfahren herkommen, der da eben heißt MyHeritage für 50 Euro, spuckst du dann bloß in so ein Röhrchen und dann kannst du sofort sehen, woher denn deine Vorfahren herkamen, wie denn das genetische Make-up ausschaut. Oder alternativ dann eben bei Ancestry.de. Und da gibt es natürlich auch Familienpakete und man muss da jetzt gar nicht das Kind heimlich reinspucken lassen, sondern man schlägt einfach mal vor, hey, wisst ihr, was für interessant wäre? Da gibt es diesen neuen Test von MyHeritage, wo man schauen kann, woher die Ahnen oder unsere Vorfahren herkommen mit den höchsten technologischen Standards und zu einem günstigen Preis. Und dann muss man nur schauen, wie die Frau reagiert, weil sie muss ja dann nur noch eins in eins zusammenrechnen. Moment mal, die haben ja ungefähr die gleichen Gene und wenn sie dann bei den Kindern schauen, okay, drei Kinder haben auch reingespuckt und dann bei der Antonia gibt es dann eine drastische Abweichung der Vorfahren. Dann muss man nur noch eins in eins zusammenzählen und dann kann ja der Vater durch so einen Test dann auch schon sagen, okay, da ist was falsch. Jetzt mache ich einen echten Vaterschaftstest. Und allein, wenn er jetzt in diesem Fall schon vorschlägt, einfach mal so einen interessenshalber Test zu machen, wo denn die Vorfahren und die ethnische Herkunft liegt, kann man nämlich den Stammbaum ablesen, dann würde sie ja sofort das im Verhalten zeigen. Oder sie würde sich dann irgendwie davor drücken, nee, nee, das ist auch viel zu teuer. Und dann würde ich aber ab diesem Moment drauf beharren, in Verbindung mit diesen ganzen Zweifeln, die er dann da hat. Und sie empfiehlt halt dann, ja, zeigen Sie der Frau, wie es in Ihnen aussieht und zeigen Sie ihr die rote Karte. Damit verschaffen Sie sich wieder Respekt. Außerdem verhalten Sie sich ehrlich und aufrichtig, so wie Sie sich es auch von Ihrer Frau wünschen. Zudem stellt Ihre Anfrage für Ihre Frau nur ein Problem da, wenn sie sich über die Vaterschaft von Antonia nicht sicher ist oder sicher ist, dass sie nicht der Vater sind. Das bezweifle ich dann meistens, wenn du mit sowas rauskommst, ist diese Aussage, ist die Anfrage nach einem Vaterschaftstest ja schon eine Zweifelerklärung für die Frau. Wenn sie nichts zu verbergen hat, sie hat da so ein optimistisches Bild allgemein. Weil sie nichts zu verbergen hat, weil nur sie der Vater sein könnten, sollte der Test kein Problem darstellen. Ja, wie gesagt, da habe ich meine Zweifel. Natürlich auch, selbst wenn sie nichts zu verbergen hätte, ist es natürlich eine offizielle Zweifelsbekundung, weil sie muss ja dann auch unterzeichnen, ja, es ist in Ordnung, dass man einen Gentest macht. Natürlich ist unter harmonischen Bedingungen die Frage nach einem Vaterschaftstest immer ein Zweifel an der Treue. Aber unter den jetzigen Umständen ist der Zweifel ja nicht aus der Luft gegriffen. Genau. Es wird bestimmt auch schlussreich sein, die Reaktion Ihrer Frau zu beobachten, wenn Sie sie nach dem Test fragen. Und das würde ich halt noch intelligenter machen, indem ich einfach sowas vorschlage, weil dann macht man es noch weniger konfrontativ und mit einer kleinen Prise mehr Taktik dahinter. Sie haben es recht, Ihr Vater das Recht, einen Vaterschaftstest beim Amtsgericht geltend zu machen. Wird dem Antrag zugestimmt, können Sie auch ohne Anwilligung der Mutter einen Vaterschaftstest machen. Viel zu juristisch und viel zu aufgeblasen. Ich würde Ihnen empfehlen, sich noch etwas zu gedulden und erst einmal alle Szenarien in Ruhe durchzuspielen. Die Konsequenzen sind doch sehr weitreichend und betreffen auch das Wohlbefinden aller drei Kinder. Deshalb sind Besonnenheit und Weitblick sehr wichtig. Ja, alles in allem hat sie doch da einen sehr guten Rat hinterlassen. Aber, wie gesagt, ich würde da noch mehr Wert auf die Vaterschaft legen, denn man kann so ein Verbrechen aus meiner Sicht, auch wenn es aktuell nicht rechtlich verfolgbar ist, soweit ich weiß, nicht durchgehen lassen und dann einfach sagen, ja, passt schon. Ich durche mich zwar betrogen, aber jetzt überlege mal, vielleicht können wir noch die Beziehung öffnen für die Kinder und so weiter. Man muss halt auch immer Vorsicht walten lassen, dass die Frauen, was sie ja dann auch oft gerne machen, diesen Finger zeigen, ja, man muss doch an die Kinder denken, denkt doch an die Kinder, vor allem, um dann das dahinterliegende zu verwischen, als Nebelkerze in dem Fall. lasst mir doch mal eure Meinung da, was ihr davon haltet. Wie würdet ihr diesem Typen hier empfehlen, sich zu verhalten? Und ansonsten liken und abonnieren. Wir sehen uns. Pfiat's euch!